Herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sehen uns in Folge 201 von Arborion. Ja, wir sind hier unterwegs gewesen zu diesem Sektor, wo die Basis ist. Da bin ich hingesprungen und jetzt gleich nach dem Intro werden wir mal schauen, ob ihr die auf unserer Seite kriegen könnt. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen, ist da das Hauptquartier? Ja. Dann interagieren wir mal mit denen. Du bist unser Verbinder, du kannst dich auf unsere Unterstützung verlassen, danke. Ja, da sind wir jetzt mit der Mission schon mal weiter, jetzt müssen wir nur gucken. Ne, das war falsch, P ist richtig. Missionen. Jetzt nochmal sieben Schiffe. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das jetzt weiter fortführen. Und dafür müssen wir natürlich nur Leute finden, die uns da helfen. Und die sind neutral. Die sind gut, dann fliegen wir doch mal zu denen, oder? Vielleicht unterstützen die das uns dann auch. Jetzt müssen wir nur die Basis von denen finden, aber da fliegen wir am besten erstmal hier hin. Koordinaten ins Navi-System eingeben und dann fliegen wir da hin, ne? Äh, Escape und da geht die Reise lang. Jo, dann wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ich würde sagen, ich verkürze das mal ein bisschen in der Zeit, dass wir da schneller hinkommen, ne? Wenn da was zwischen kommt, machen wir weiter, sonst könnt ihr das schneller sehen. Dann würde ich sagen, bis gleich. Okay. 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 Ja, da haben wir jetzt ein Problem, kommt man nicht weiter, sagt er. Hm. Das bedeutet wieder mal, dass wir das anders machen müssen. Albatross, ne, Albatross ist das, Albatross fliegt von hier nach da. Nein, das war wieder falsch. Wir müssen das anklicken, dann das anklicken, dann das anklicken, dann machen wir hier so und dann starten wir. Und dann sitzen wir in der Drohne und der fliegt schneller voran, ne? So geht's. Der kann nämlich über den Riss, wäre nicht komisch. Das ist genauso wie bei dem anderen Riss, da kann er das ja auch. Ob das ein Bug ist oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht ist das auch ein Bug, ne? Was ist denn hier? ERA Sternformation, okay. Da muss man auch noch bestimmt was machen. Jetzt ist die Frage, wann der Albatross dann da ist, ne? Neun Minuten steht da. Wow. Ja, wir können ja mal gucken. Hier sind doch auch gut, ne? Ne, das ist neutral. Mit dem sind wir noch gut. Und hier haben wir noch ein Schiff, ne? As-Reiter 3. Dann wechseln wir gerade da rein. Gucken zu, dass wir da auch noch was nachfragen. Beim Albatross müssen wir dann noch dran denken, ne? Gibt's hier was besonderes? Ausfragten kann man nicht fragen. Also geht das nicht. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir hier entspringen. Das ist da lang. Sprengen wir da mal rüber. Und hoffen, dass wir da ein Schiff finden, was uns dann sagen kann, wo das Hauptquartier ist. Fregatten, alles Fregatten. Fregatten ging nicht, ne? Können wir nochmal probieren? Nein. Das bedeutet, nächster Sprung geht hier hin. Dann drehen wir da mal rum. Aufgeladen ist schon. Der kleine Miner hier, der ist besser wie der Albatross. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen, ne? Jetzt müssen wir hier aber doch mal Schiffe finden, oder? Frachter sind immer gut. Wo ist dein Heimatsektor? 334. 0. 334. 334. 334. Oh, das ist ja... Wir müssen hier rein. Hier ist dein Heimatsektor. Respekt! Hmm, ist das wirklich so? 334. 0. Tatsächlich. Das ist eine Weltreise weg, ne? Na, könnt ihr den mal eingeben? Nee, Sektor markieren. Notizen zufügen. Was war denn hier? Zentrale. Reicht schon, ne? Ja. Ja, ist dieses Schiff hier dann, ne? Das war jetzt aus Reiter 3, ne? Da. 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 Schnell. Gefahren gibt's keine. Spreng. Und weg ist er. Wir sind wieder in der Drohne und können jetzt aber zum Albatross gehen, weil der müsste ja schon... Ah, ne, der ist auch noch nicht da. Albatross, wie schnell bist du denn jetzt da dran, Herr Albatross? Hier ist er. Okay, noch 5 Minuten. Dann sollten wir mal schauen, wer ist mit denen hier? Die sind neutral. Da fliegen wir schon hin. Das heißt, wir könnten jetzt hier nochmal gucken, dass wir da was... Das ist die Spritquelle, glaub, oder? Schiff, ne? Das ist meiner 3. Äh... Das ist die Lady. Lass doch mal die Lady... Hier hin springen. Damit die da guckt. Wie lange braucht die Lady da hin? 4 Minuten nur. Das ist ja schon mal was. Und er braucht noch... 5 Minuten. Und hier der Miner 3. Römisch 3 ist der dann, oder was, ne? Oder? Habe ich den jetzt hier nicht? Nö, da ist keiner. Wen haben wir denn jetzt hier unterwegs? Der ist aber nicht schon da, oder doch? Nein, doch? Ne, verbleibende Zeit, 6 Minuten, okay. Ich wollte schon gerade sagen, das kann ja nicht sein, oder? So, wie sieht's hier hinten aus? Mit denen sind wir neutral, und mit denen sind wir verbündet. Das heißt, der Discover, der fliegt mal gerade hier hin. Der hat eigentlich eine andere Route, aber die funktioniert wohl nicht gerade. Fliegt mal da hin. Starten. Der Torwächter, das waren jetzt hier irgendwie so 7 Schiffe, ne? Ah, wartet auf neue Befehle. Wie, der ist da schon angekommen? Nein. Okay. Okay. Okay, ne, da wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ja hin. Hier wollte ich hin. Discover, zu Discover wechseln. Einmal da rein und gucken, was da ist, ob wir da einen Frachter finden, mit dem wir kommunizieren können. Das sollte aber eigentlich so sein. Eine Corvette geht auch nicht, ne? Ne. Schade, aber alles Corvetten. Das ist schlecht. Dann machen wir das anders, indem wir jetzt... Sollten wir jetzt hier irgendwo durchfliegen? Gibt's hier ein Tor? Da ist ein Tor. Southgate. Ja komm, zack. Der kann nicht fliegen. Wieso kann der nicht fliegen? Akku ist voll. Baumenü. Reparieren. Wieso kann der nicht fliegen? Ach, Autopilot ist aufbrief. Rücktaste ist Stopp. Gut. Und wo ist das Tor? Da. Wohl ist es vielleicht auch sinnig gewesen, mehr durchzufliegen, ne? Also nicht da, sondern zu springen. Aber jetzt ist es egal. Wir fliegen da jetzt schon mal hin. Das müssen wir einmal angucken, wie es ist, oder? Kriegen wir auch noch in den Griff. Und dann holen wir unsere Verbündeten auch noch da rein. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Verbündete haben. So, einmal durchs Tor. Jump. Schon Sorgen, dass er es nicht schafft. Wenn die Beziehung gut ist, dann muss das auch klappen, ne? Oh, nur Korvetten, ey. Das ist ja wieder mal richtig toll, ne? Komm. Ab in den Navi damit und los geht's hier. Berechnet. Ja, leitet auf. Ja. Und der Akku, der ist hier ganz gut. Macht er. Wahrscheinlich ein kleines Schiff und deswegen geht's, ne? So, und jetzt lass ich hier mal bitte ein Schiff sein, was soll... Ach, das ist doch nicht wahr, oder? Lauter Korvetten. So ein Shit aber auch. Naja, komm weiter. Irgendwann muss einer da sein. Übersprung läuft. Da ist ein Güterschiff. Wo ist dein Heimatsektor? 420 minus 126. 420 minus 126. Also da. Kondinaten eingeben. Und losfliegen. Ja, ich glaube nur zwei Sprünge müssten eigentlich schnell da sein. Vielleicht sind es auch drei, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Nochmal. Kriegen wir mal hin. Abkühlen ist diesmal angesagt. Aufladen. Ne, klappt trotzdem. So, sind wir dann schon da? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, sind wir wohl. Hauptquartier. Fragen. Du bist unser Wünner. Du kannst dich auf uns verlassen. Danke. Mal gucken. So. Und dann. Sagt die Mission schon mal was. Zehn Schiffe. Nicht aufkleben klicken. Das wäre nicht gut. Äh. Gut, jetzt müssen wir mal die anderen Schiffe gucken. Den Albatross. Wie weit ist der? Ich glaube, der müsste schon da sein jetzt, ne? Den Albatross wechseln. Und hier hin und da muss es ein Hauptquartier geben. Gibt's aber nicht. Reparaturressourcen. Wieso gibt's da kein Ding ins? Haben wir das jetzt? Achso, wir hatten da noch nicht. Ach so. Den haben wir erst nur dahin geschickt. Fregatten sind da nur. Schade. Äh. Ja. Keine Ahnung, was da ist. Springen da hin. Da haben wir noch kein Quartier. Da waren wir nur in dem Bereich der anderen, um dann vielleicht eine Fregatte oder ein Güterschiff oder sowas zu finden, um zu fragen, ne? Gut. Mal hoffen, dass wir jetzt hier eins finden. Ein passendes Schiff. Weil wir fragen können, wo die Basis ist. Natürlich gibt's hier gar nichts. Albatross. Springen wir da hin. Wie, wenn nur ein Sprung ist, dann darf ich da nicht. Auch cool, ne? Ja. Dann muss ich das selber machen. Dann machen wir das selber. Noch nicht abgekühlt. Gut. Dann lass uns gerade auf die Karte gucken, wo die anderen sind. Gut. Jetzt muss der ja schon da sein. Äh. Fokus rein wechseln. Und wollen dann hoffen, dass wenn's gut ist, auch schon reicht, dass die mitkommen. Das wär schon cool. Hauptquartierletz. Soknein. Vielleicht. Dann machen wir das. Soknein. Das klingt nach einer guten Idee. Gut, dann sind wir wieder welche. Hoffe ich, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein, da kommen welche mit. Null Schiffe der The Audio of the World. Okay, das war natürlich jetzt nichts Tolles. Könnte ich die nochmal beändern? Achso, na dann. Wir haben die gefragt, aber die haben uns nichts gebracht. Okay, dann sollen sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Hier können wir jetzt in den Sektor glaube, um zu schauen, dass wir da wen fragen können, oder? Beziehungen gut reichen dann nicht, oder was? Wir müssen sie dann anders so überzeugen. Wir sind wieder alleine? Oder immer noch alleine? Ich dachte, wir wären schon hierhin geflogen. Hä? Achso, wegen Abkühlen und so war das glaube ich, ne? Und Akku aufladen, dass wir da hinfliegen können. Sonst hätten wir das schon gemacht. Okay. Dann schauen wir mal. In der Hoffnung, dass wir da jetzt eine Fraktion haben, äh, Schiffe haben, die wir fragen können. Wo der Boss ist, aber alles wieder nur Fregatten. Fregatten gehen nicht. Nein, gehen nicht. Okay, das heißt, in der nächsten Runde machen wir weiter. Fragen wir noch weitere Fraktionen, ob die uns unterstützen. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Und da müssen wir gucken. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es irgendwie schaffen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.